herrliche freunde und herzlich willkommen hier zu einer reichung von amas die letzte part haben wir mit haaren so gespielt jetzt wie wir mit bändel oder so wieder heißt so dieser maschine oder der hier so richtig macht aber wie kann ich mich jetzt zeigen und ja das meist geht wieder lange ja oliver gut so so wir nehmen den charakter die wir nehmen ein eigentlich ist dieser charakter der verteidigung dieses der verteidigung und kann das er kann hier das kurs so richtig mit beim und so zwei kann erschießen 1 1 1 1 der l ist das hier diese maschine und und ist das hier hier mit aufladen angreifer in 30 sekunden erwartet hier 4, 3, 2, 1, Angreifer näher. 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 4, 2, 1, Angreifer näher. Leute! Wer spricht denn jetzt da jetzt eigentlich? Fuck! Die Dame! Hallo zusammen! Mir stirbt keiner weg! Werfen wir uns in Zahlen! Fuck man! Nein! Fuck! Alter! Nein! Okay, jetzt wird's nice! Jetzt wird's nice! Dieser Maschinenroberteil ist echt nice! Ich dachte, der ist immer scheiße! Aber mit dem kann man richtig gut angehen! Ich weiß nicht! Scheiße! Nein! Alter, what the fuck! Ich wollte einen töten, Mann! Wir dürfen nicht anhoffen! Lass den Punkt einnehmen! In den Innen! Nehmen den Punkt einnehmen! Noch 30 Sekunden! Komm schon, Leute! Nur noch ein bisschen! Ach du Scheiße! Nein! Jetzt gibt es eine Abbildung! Sieg! Ja! Hab ich! Highlight des Spiels! Mist! Erd! Nicht dich! Fuck, Mann! Oh, ich! Ich hab's auch so gut gemacht! Alles klar! Der kriegt's halt ein bisschen hin! Aber ich auch so! Jo! Jetzt ist auch überkommen! Na gut! Das war jetzt ein kurzer! Wir können jetzt schon früher schon aufhören! Ja! Ja, schon Bronze! Ja, Leute! Das war's hier mit! Overwatch! Ich hoffe, es hat euch gefallen! Ja, wenn ja! Daumen hoch lassen! Beim nächsten Mal wird's! Noch ein Charakter geben! Aber ich werde das heute Video Verschreibung dieser Charakter! Hier in der Video Verschreibung! Weil der kann richtig gut hier! Ui! So richtig! Bam! 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 Und dann... So Elke! Und dann... Einfach so chillen! Und da einfach... Mit allen Gegner zu gehen! Das ist einfach klar! Ja, ich bin jetzt nicht so schlecht! Aber... Nicht mehr rein! He he he! Also... Bis dann! Ciao! Ich bin...